Hallo, servus und grüß euch. Der Müller von der Dezentrale.at. Im heutigen Video möchte ich euch quasi mitnehmen oder zumindest nachzeichnen mein Start in die Solana NFTs. Also ich überweise mir jeden Monat einen Betrag X auf Coinbase und kaufe mir dann dort nach Lust und Laune für diesen Betrag Coins ein. Und vor, ich weiss es nicht, also im letzten Monat muss das gewesen sein oder im vorletzten sogar, ich habe keine Ahnung mehr, habe ich mir Solana gekauft, habe mir dann ein Solana Wallet, also eine Desktop Extension eingerichtet, ähnlich wie Metamask und habe jetzt heute mal Zeit und Musse gefunden, mir diese Solana Nummer spezifisch jetzt im ersten Video mal den Magic Eden Marketplace anzusehen und habe bereits, yippie, zwei NFTs gekauft. Verrückter Müller. Aber dazu gleich mehr. So, da ist er wieder und steigen wir gleich ein in das grosse Abenteuer Solana NFT. Jetzt werden wir mal schauen, ob ich es heute schaffe, dass die Brille halbwegs, ja, halbwegs gerade auf der Nase sitzt. Weil beim letzten Video, muss ich zugeben, war sie etwas krumm. Aber sei es drum, wir gehen rüber auf meinen Desktop und wir beginnen jetzt einfach mal schlicht und ergreifend beim Phantom Wallet. Okay, das ist dieser hier. So, sei nett, Enter Passwort. Ja, danke. Dann machen wir doch das. Aha, es war richtig. Ein Wahnsinn. Ihr seht, im grossen und ganzen ist das vergleichbar mit Metamask. Ihr könnt auch hier mehrere Wallets einrichten. Ihr könnt hier ganz einfach ein weiteres Wallet generieren. Auch das Phantom Wallet ist über eine Seed Phrase geschützt, ganz klar. Also nahezu identisch von den Funktionen her mit Metamask. Also wie gesagt, wer Metamask bedienen kann, der hat, also das wirft Phantom keine grossartigen Rätsel auf. Aber, was jetzt lustig ist beim Phantom Wallet, ist das hier. Es zeigt euch im Wallet an, die NFTs, die ihr besitzt. Okay, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich habe zwei gekauft, dem ist so. Der eine ist aber gelistet und verschwindet bei Solana demnach aus dem Wallet. Okay, also das heisst, der ist in einem Smart Contract gespeichert quasi und wird somit aus dem Wallet herausgenommen, so wie das aussieht. Zumindest ist er nicht mehr direkt im Wallet sichtbar. Gut, jetzt aber, was ziemlich cool ist, schauen wir uns mal die Magic Eden, dem Marketplace an und schauen uns jetzt einfach mal an, wie das ausschaut, verglichen jetzt mit OpenSea. Okay, also ihr habt hier My Items, ihr habt Listed Items, dann sind die Offers, die ihr gemacht habt und die Aktivities von eurem Kanal. Okay, schön und gut, aber man sieht, das ist schon mal mehr als auf OpenSea. Okay, wobei eben also Teil dieser Dinge hat natürlich OpenSea auch nur einfach ein bisschen anders dargestellt. Und jetzt gehen wir hier mal auf Edit Profile und dann haben wir hier Display Name, bla bla bla, Kurz, Bio und so weiter. Was aber wirklich spannend ist, ist dieser Anti-Phishing-Code. Okay, da könnt ihr irgendwas eingeben. Euren Geburtsnamen, den Namen der Mutter, 24, 26, 08, 15, was immer ihr wollt, könnt ihr da reinschreiben. Und jetzt kommt das Coole, wenn ihr eine E-Mail kriegt von Magic Eden, okay, also dass euer, keine Ahnung, euer Item verkauft ist oder eine Info oder was auch immer, dann steht in dieser E-Mail rechts oben das Gesatzel oder die Zeichenfolge, das Passwort, was auch immer ihr hier eingegeben habt. Das steht in eurer E-Mail. Das bedeutet, wenn ihr eine E-Mail von Magic Eden kriegt, wo dieser Anti-Phishing-Code nicht drinsteht, dann ist es ein Scam. Dann wird sich das um ein Phishing-Mail handeln. Weil wenn es eine offizielle Nachricht von Magic Eden ist, dann findet ihr oben rechts in der E-Mail diesen Code, den ihr hier eingegeben habt. Okay, und das finde ich eine ziemlich coole Geschichte, die das Sicherheitslevel von Phishing-E-Mails und Scams doch wieder eine Stufe höher hebt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Einrichtung, muss ich sagen. So, also und jetzt schauen wir uns halt mal an. Search by Collection. Da nehmen wir jetzt mal die Baron Beers, weil von den Dingern habe ich gekauft. Und die nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, okay. Ihr seht, das schaut ähnlich aus wie auf OpenSea. Also wir haben hier Low to High, Recently Listed und Price High to Low, also umgekehrt. Was hier ein bisschen fehlt, ist Last Sold oder Recently Sold, damit man sich so ein bisschen einen Preisgedanken machen kann. Man sieht aber hier, dass wenn einer verkauft wurde, sieht man hier auch automatisch den Preis, zu was er verkauft wurde. Also hier, ansonsten ist hier alles ähnlich wie bei OpenSea, okay. Wir haben dann hier die Auctions, also das heisst, das sind die, die man quasi ersteigern kann. Wir haben hier Activity, auch das kennt ihr. Also hier sind die Preise, die Floor-Preise, das ist jetzt mal ganz wichtig. Hier und nicht die Durchschnittspreise, weil bei OpenSea sind es die Durchschnittspreise und hier sind es die Floor-Preise. Und hier unten halt die Anzahl der Transaktionen, also das Volumen quasi, okay. Dann hier unten ganz normal wieder die Transaction Type, die Sales, wann sie stattgefunden haben, zu wie viel. Und wer da quasi involviert war. Also bis auf das hier die Floor-Preise angezeigt werden und nicht die Durchschnittspreise, so weit, so gut. Aber jetzt kommt das erste richtig coole Feature und das sind die Stats. Und da muss ich sagen, da ist Magic Eden einfach meilenweit vor OpenSea. Ich kann es nicht anders sagen. Und zwar seht ihr hier, das ist euch vielleicht bekannt aus MobiGG oder aus IC-Tools oder was auch immer. Also das heisst ein Analyse-Tool für diese spezielle Kollektion. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, sind die ganzen Verkäufe. Und da sehen wir, da ist, sagen wir jetzt mal, tendenziell ein Aufwärtstrend vorhanden. Ihr könnt den hier eingrenzen auf nur einen Tag. Dann zeigt es euch nur einen Tag an und auch da befinden wir uns immer noch in einem leichten Aufwärtstrend. Ihr habt hier oben die Floor-Dicke, sagen wir es jetzt mal so. Und das machen wir jetzt mal nicht auf 5 Sol, weil wir ja relativ in einem unteren Preisspektrum sind. Und jetzt könnt ihr euch hier anschauen, zwischen 0,28 und 0,38 Sol sind momentan 32 NFTs gelistet. Zwischen 0,38 und 0,47 sind es 74. Also das heisst, ihr könnt anhand dieser Darstellung schauen, wenn ihr einen NFT listen wollt, in welcher Preisrange das Sinn macht. Also wenn wir jetzt sagen, ihr wollt euren NFT verkaufen, für irgendwelche, machen wir hier das noch ein bisschen enger, machen wir 0,05 Sol. Dann sehen wir, wir haben hier 24 Stück zwischen 0,28 und 0,33. Dann kommen 8 Stück bei 0,33 bis 0,88. Das bedeutet hier kumulativ, das kann ich ja, aber ihr seht das, das ist die zweite kleine Zahl. Kumulativ sind das insgesamt 32 NFTs bis zum nächsten Schritt, nämlich 0,38 bis 0,42. Okay, also das bedeutet, anhand dessen könnt ihr jetzt nachschauen, okay, wenn ihr das dann ein bisschen mit den Verkaufszahlen oder mit der Verkaufsfrequenz vergleicht, dann könnt ihr etwa abschätzen, okay, hier vorne sind 24 NFTs in dieser Preisrange und es werden Hausnummer jetzt konstant ein NFT pro Minute verkauft. Nehmen wir jetzt mal davon an, wir behaupten das jetzt einfach mal, das sind alles NFTs, die vom Floor weggekauft werden, also Rarity spielt keine Rolle. Dann würde das bedeuten, dass in 24 Minuten diese Preisrange ausverkauft ist und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dann die nächste Preisrange kommt, okay. Also das heisst, so könnt ihr ein bisschen schauen, eben anhand der Sales in der Minute und der Floordicke, wo ihr euren NFT ansetzen möchtet, okay. Weil ihr da halt so ein bisschen eine Vorstellung kriegt, wie schnell geht der Floor jetzt gerade weg, also wie schnell werden NFTs verkauft und wie viele NFTs sind vor mir, wenn ich den für den Preis XY verkaufen möchte, okay. Und eben, das ist zum Beispiel ein Tool, gibt es auf Vimeta, gibt es auf IC-Tools, gibt es auf Mobi und auf vielen anderen Tools, gibt es das. Und hier ist es aber direkt in den Marktplatz eingebaut. Und das finde ich halt schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, ziemlich sexy, okay. Also, so viel zum Thema von den Tools, die hier drin sind, bezogen auf eine NFT-Kollektion. Jetzt gehen wir hier weiter, gehen wir hier auf die Insights, okay. Da können wir jetzt mal hingehen und dann finden wir dasselbe wie bei OpenSea. Also, das ist nach Handelsvolumen in 24 Stunden, das könnt ihr hier angeben, welche Skalierung ihr da gerne hättet, ob das das Handelsvolumen in 7 Tagen oder in 30 Tagen ist. Und hier sind dann halt die ganzen Kollektionen in absteigender Reihenfolge quasi, also beginnend mit 1 und dann absteigend, die ganzen Kollektionen drin, mit dem Volumen, ob das gestiegen ist, ob es gesunken ist, mit dem Durchschnittspreis, mit dem momentanen Floorpreis, hier mit dem Volumen quasi ausgedrückt. Also, so wie man es von OpenSea kennt, was hier noch relativ lustig ist, finde ich, also das ist ein bisschen breiter dann, und zwar werden hier die Volumina verglichen marktplatzübergreifend. Also, OpenSea, CoralCube, SolSea, Solana, Fraktal, Solport, Hyperspace, Alpha, Solana, Monkey Business, wobei es hier natürlich um die Solana-Marketplaces geht. Und OpenSea hat ja vor kurzem auch Solana-NFTs eingeführt. Ich habe versucht, einen Solana-NFT, nämlich einen dieser Barron-Beers, auf OpenSea zu kaufen, hat nicht wirklich funktioniert. Also, ich weiss nicht, ob gerade OpenSea ein Backcard oder unten ist oder was auch immer. Ich würde aber jetzt, nachdem ich Magic Eden kennengelernt habe, unbedingt Magic Eden verwenden, weil halt die Analyse-Tools um Häuser besser sind als bei OpenSea. So, dann, was haben wir denn hier noch? Wollen wir kurz schauen, beim Marketplace, Dropkalender, auch eine sehr spannende Geschichte, Upcoming Drops, okay? Und das sind mit Datum und Uhrzeit. Und zwar, ich habe noch nicht herausgefunden, zugegebenermassen, auf welche Zeitzone sie sich beziehen, aber, ja, ist jetzt halt einfach mal so. Also, das werde ich vielleicht noch herausfinden oder wir werden es noch herausfinden, wie auch immer. Auf jeden Fall spannend ist hier, ihr habt zum einen Check on Drops Twitter, okay? Also, das heisst, wenn ihr hier drauf geht, dann kommt ihr auf Prime Cyborg Society auf den Twitter. Also, da sind einfach im Prinzip die Twitter-Kanäle verlinkt. Aber jetzt fällt euch vielleicht auf, hier steht Mint. Und jetzt gehen wir da mal drauf und das finde ich auch wieder eine ganz, ganz tolle Nummer. Und zwar hat Magic Eden ein eigenes Launchpad, okay? Also, das heisst, heute wird Royal Society über das Magic Eden Launchpad minten. Und auch hier seht ihr, wann der Public Mint ist. Und diese Zeit, die ihr jetzt oben, ich komme da leider nicht hin, weil sonst ist das Ding weg. Aber ihr seht 20 Uhr, das dürfte dann die effektive Zeit sein. Und ihr könnt dann direkt über Magic Eden minten. Und das finde ich auch eine ziemlich hervorragende Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist richtig cool. Und wir sehen auch hier, hier unten, Starts In. Diese Zeit ist jetzt offensichtlich auf mitteleuropäische Zeit. Weil wir haben jetzt 19.39 Uhr und hier oben steht, um 20 Uhr ist der Mint offen. Ja, und das wären dann hier diese 20 Minuten Schlag mich tot, was das noch sind. Also, das stimmt ziemlich genau. Also, meines Erachtens eine tolle Sache. Vor allem, wenn man noch wenig Infos hat. Also, wenn man sich zuerst mal in diese Solana Nummer einarbeiten muss. Also, genau so, wie ich das machen muss. Und wir haben auch hier dann bereits, so, wie soll ich sagen, so die ersten Informationen. Also, Team is privately doxxed. Also, das heisst, man weiss, wer da dahinter steht. Also, ihr habt so eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung über dieses Projekt. Und das finde ich echt eine ganz, ganz tolle Nummer, muss ich sagen. Also, finde ich echt cool. Ja, gut. Und jetzt haben wir eben, also auch ich, muss ganz ehrlich zugeben, und habe natürlich das Problem, nachdem ich mich heute im Prinzip das erste Mal wirklich mit Solana beschäftige, wo kriege ich Informationen her. Okay. Ich habe jetzt im Netz noch nicht irgendwie sowas wahnsinnig Schlaues gefunden. Wobei, das heisst nicht, dass es nicht gibt es. Ich habe wirklich nur ganz, ganz kurz reingeschaut. Und habe dann mal auf meinen diversen Discord-Channels, also in den Discord-Gruppen, wo ich drin bin, nachgeschaut und habe da sehr, sehr erfreuliche Dinge entdeckt. Die, die ich echt nicht beachtet habe. Okay. Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und wir sind jetzt hier im Prinzip auf Discord. Jetzt gerade momentan sind wir beim Brett Malinowski, also der Brett Way. Das ist ein Discord, da kann jeder rein. Also da ist kein NFT dahinter oder sonst irgendetwas. Das ist ein öffentlicher Discord. Und der Brett Malinowski ist mit dem Koscher Plug zusammen und dem Bento Boy haben die WGME Studios gegründet. Da kommen wir dann auch gleich dazu. Und jetzt aber bei der Brett Way gibt es Soul Only. Also da gibt es eine Chatgruppe oder zumindest einen Chat, der sich nur um Soul-NFTs dreht. Okay. Also so für die ersten Informationen, so mal zu schauen, was geht da aktuell so ab, ist das eine absolute Variante. Dann hat da auch in den Top Calls sind immer wieder Soul-NFTs drin. Da muss man halt ein bisschen suchen, was da gerade so in letzter Zeit abging. Aber da sind immer wieder Informationen drin. Dann können wir hier weiter. Gehen wir auf WGME Studios. Da braucht ihr einen NFT, wenn ihr alles freischalten wollt. Okay. Diesen WGME-NFT gibt es auf OpenSea. Und dann müsst ihr über, also ihr müsst dann quasi über Collabland Join oder was es dann auch immer ist, müsst ihr euren NFT mit eurem Discord-Account verbinden. Und dann habt ihr hier den kompletten Zugriff. Und hier haben sie halt auch immer wieder Projektanalyse. Just Ape läuft auf Solana. G-CAN Studios läuft auf Solana. Metamagic, das dürfte ein Ethereum-NFT sein. Und ihr seht, das sind immer mal wieder Analysen, tauchen da auf, auch für Solana-Projekte. Und das ist, also eben, das sind jetzt meine zwei Dinger, die ich mal angeschaut habe. Es gibt dann noch Deep-End Research. Das ist auch offen momentan. Also die werden in Kürze einen NFT launchen, der ähnlich wie der WGME-NFT euch dann mehr Zugriff und mehr Möglichkeiten gibt auf diesem Discord. Aber auch die bringen regelmässig, im Prinzip für alle, Newsletter hinaus heraus, wo auch immer mal wieder Solana-NFTs besprochen werden. Das war jetzt mal das Erste zum Thema Solana-NFTs. Auf meiner Reise, wenn es euch gefallen hat und ihr einen Mehrwert gewinnen konntet, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da. Und für alle, die schon in Solana drin sind, also das heisst, die mir um mehrere Nasenlängen voraus sind, schreibt es mir doch unten bitte in die Kommentare, wo ihr eure Informationen zu Solana-NFTs herbekommt. Also ob es da irgendwie eine ziemlich coole Discord-Alpha-Gruppe gibt oder ob es Webseiten gibt, die spezialisiert auf Solana sind. Das fände ich echt cool, weil das hilft mir und es hilft im Prinzip allen meinen Zuschauern, die genauso wie ich im Prinzip ahnungslos sind, was Solana-NFTs angeht. Okay, so, das soll es dann jetzt gewesen sein. Das war es von meiner Seite. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss euch.